Es ist Montag, 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Ein E-Rolli-Fahrer beschließt, seinem Rolli etwas zu zunen. Und nachdem er aus dem Werkstatt rausfährt, geht sofort ab in den Park. Dort lässt er es krachen. Volle Kannehashi! Er polzt da hin und auf einmal kommt ein Vogel. Der quert seine Fahrbahn und es macht BUM! Und er nimmt dem Vogel volle Dreizeite mit. Der liegt am Boden und der Rolli-Fahrer denkt sich, SHIT! Nein, ich will nicht, ich will nicht! Der arme Vogel nimmt ihn mit heim, gibt ihn in einen Käfig, gibt ihm ein Probrein und ein bisschen Wasser, er hofft halt, dass sich der Vogel wieder erholt. Und zieht der Vogel dann in diesem Käfig. Irgendwann wird der Vogel wach, schaut sich um und denkt sich, SHIT! Gitterstäbe, Wasser, Brot, Scheiße! Ich hab den Rolli-Fahrer gekillt! Der Montagswitz! Das war der Montagswitz für die Woche. Einen Dankeschön geb an der SIST-Channel. Er hat ihn mir hier auf YouTube in die Kommentare gepostet. Vielen Dank nochmal dafür! Wenn ihr einen behinderten Witz habt, den ihr gerne als Montagswitz hören wollt, einfach hier auf YouTube posten, oder auf meiner Facebook-Seite, oder Twitter, oder wo immer ihr mich findet. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Witz, habt eure schöne Woche, erzählt ihn weiter, und lasst mir bitte ein Abo da! Dann seid ihr nächste Woche wieder dabei! Bis dahin, Ciao!